Hi Leute, jetzt willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Edles Vibe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt mit dem Manu zusammen. Wir sind heute bei Landtechnik-Videos wieder unterwegs. Däumchen machen wir gleich am Anfang rein, dass wir es gar nicht erst vergessen. Lasst gerne ein Abo auch da, Link ist unten in der Videobeschreibung vom Kanal. Und schaut auch gerne auf FarmworldTV vorbei. Das ist nämlich noch ein weiterer Kanal von den lieben Tammo, der auch Landtechnik macht. Und ja, dort findet ihr über 30 Stunden Videomaterial aus über 25 Ländern. So Agrardokus von Youngtimer-Traktoren, Landwirtschaft in Skandinavien. Jetzt ganz neu erschienen diese Fan-Klassics-Reihe von Raif. Eine der größten Fansammlungen auf der ganzen Welt oder die größte Fansammlung. Die größte, glaube ich, oder? Die größte Fansammlung auf der Welt, also von Oldtimer-Traktoren. Absoluter Wahnsinn. Ich finde aber auch super interessant, die ganzen Geschichten, zum Beispiel im Ausland. Skandinavien, hier Österreich, Schweiz, gerade in den bergigen Gebieten. Da kommen immer viele spezielle Maschinen zum Einsatz. Südamerika, Brasilien. Abenteuer Russland aus 2017. Bestimmt auch mega super spannend, finde ich. Südamerika, Chile. Also die Jungs, die sind wirklich schon in die ganze Welt gereist, haben sich die Landwirtschaft angeschaut. Farmwirt TV, könnt ihr das Ganze anschauen und können die Jungs ein bisschen unterstützen. Würden wir uns sehr, sehr freuen. Links auch in der Videobeschreibung. Und wir starten jetzt erstmal rein mit dem zweiten Teil von der Techethoff Agrar. Moderne Ackerbau und Fogos. Fendt 1050, Vario und Köckerling, Rebell, Ernte. Genau, heute geht es nämlich in die Ernte. Das letzte Mal haben wir uns die Aussaat- und Bodenbearbeitung angeschaut. Auf geht er. Juhu. Juhu. Für diese YouTube-Kurzfilme 2050 Fans sind bestellt worden und geerntet wird. Da sind wir sehr gespannt. In der Reihe begleiten wir den Landwirtschaftsbetrieb Techethoff Agrar durch ein landwirtschaftliches Anbaujahr. In Teil 1 haben wir Ende März die Frühjahrsarbeiten auf dem Familienbetrieb vorgestellt und uns dabei die Bodenbearbeitung, die Aussaat der Zuckerrüben und die Düngung näher angesehen. Ja. Hier wollen wir nahtlos anknüpfen und euch in diesem Film aber schwerpunktmäßig die Getreideernte zeigen. Ja. Tierstück, Alter. Was ist denn los? Ganz ehrlich. Gut, 3300 Hektar Betrieb, ne? Haben wir im letzten Video erfahren und man weiß natürlich auch nicht, wie groß sind denn die Felder, ne? Also es könnte schon sein, dass da richtige Brocken dabei sind. Da bist du natürlich mit vier Drechern, kannst du da gut reingehen. Oh, wieder traumhaftes Bildmaterial auch. Wir beginnen jedoch zunächst Ende Mai. Der Mais steht mittlerweile etwa sechs Wochen im Feld und ist gut aufgelaufen. Dadurch, dass die Maispflanzen erst in einem späteren Wachstumsstadium einen großen Stickstoffbedarf haben, macht es Sinn, diesen mit Hilfe von Gärresten oder Gülle zu diesem Zeitpunkt zu decken. Das ist doch verrückt, oder? Du rollst mit einer Maschine, die wahrscheinlich 40 Tonnen, 60 Tonnen wiegt, mit Ladung, mit allem drum und dran. Und die fahren, obwohl das hier Reihe durchgesetzt ist, wahrscheinlich nicht ein Pflänzchen um. Weil sie auch exakt hier mit diesen Fahrgassen, also das ist eine Reifenbreite und Arbeitsbreiten und ja, also... Verrückt, wie effizient das mittlerweile ist. Hier ist das... Ist da irre, hä? Gerade beim Mais kannst du halt schön zwischen den Reihen... Auch die weiteren Feldarbeiten konzentrieren sich in den folgenden Wochen auf die Pflege der Bestände. Neu ist diese 18-reihige Hacke von Schmotzer. Ein Schmotzer. Du denkst da, da denkst du auch, wenn du mit so einem Gerät über so ein Feld fährst, denkst du auch eigentlich, danach ist nichts mehr da, oder? Ja, aber guck mal, auch mit den Zwillingsbereifungen, der fährt genau zwischen der Frucht. Ja. Ein wichtiges Einsatzgebiet sind dabei... Guck mal, hier. Aha, ist das krass. Das ist irre, ne? Ja. Das ist wirklich irre. Also ich finde das krass. Ich meine, die haben Fahrspuren, wird von der Arbeitsbreite nicht passen, denke ich mal, deswegen werden die versetzt fährt. Aber haben halt auch eine Zwillingsbereifung. Das ist ja... Die zieht genau im Umfeld, ne? Diese werden je nach Bedarf in der Wachstumsphase vor dem Reihenschluss ein- bis zweimal bearbeitet. Um unter anderem Melde, wie effizient das mittlerweile ist. ... aus dem Bestand zu bekommen und die Mineralisierung anzuregen. In Sonnenblumen wird auf zwölf Reihen gehackt. Ab 2023 soll versucht werden, diese Kultur komplett ohne Herbizideinsatz zu führen. Verrückt, oder? Nur mit der Hacke da. Mittlerweile ist es Ende Juli und die Getreideernte 2022 ist schon weit fortgeschritten. Die Morgenstunden werden am Maschinenstandort in Lettewitz für die Wartungs- und gegebenenfalls Reparaturarbeiten an den Erntemaschinen genutzt. Die vier Glas-Lexions sind Baujahr 2014 und 2015 und haben somit schon einige Hektar auf dem Buckel. Doch die Erntemaschinen sind gut gewartet und zuverlässig. Sieben Jahre alt. Verschleißteilwechsel, wie hier die Klingen am Strohhäcksler, gehören hin und wieder dazu. Die Vorbereitungen sind Teamarbeit und jeder hilft mit. Burkhard Teggethoff hat den Agrarbetrieb aufgebaut und selber lange genug auf dem Drescher gesessen. In diesem Jahr lenkt erstmals sein jüngster Sohn Fabian einen der Lexions. Aber auch sein ältester Sohn Philipp fährt wie in den vergangenen Jahren einen Drescher. So Technik-Monster, diese Dinge, ey. Ja, ich bin ja auch in den Glas-Lexionen gefahren, also jetzt in 2022. Bei dem lieben Twitch-Farming, bei dem Jan, war schon, ich musste das Ding auch vom Hof zum Feld fahren. Uff, auf dem Feld hast du ja echt Platz, ne? Aber auf der Straße ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Auch schön warm an dem Tag. Boah, das war einer der heißesten Tage wahrscheinlich in Deutschland, ey. Und Manu musst, oh nee, ey, das war verrückt. Ey, das war wirklich verrückt. Völlig verrückt. Bevor die Mähdrescher am späten Vormittag im Weizen angreifen, nutzen wir die Zeit, um einen Blick auf die Stoppelbearbeitung zu werfen. Hier kommt unter anderem eine Köckerling-Rebell zum Einsatz. 2015 angeschafft, war es seinerzeit eine der ersten ausgelieferten 12,50 Meter Kurzscheibeneggen des Landmaschinenherstellers aus Ostwestfalen. Das gigantische Anbaugerät hängt in der Regel am Fendt 1050 Vario. Auch so eine geile Aufnahme, oder? Ja, mit dem Staub und dem Ganzen. Man muss da auch mal so ein Auge, als Zuschauer, glaube ich, schaut man sich so ein Video an und denkt und genießt das einfach so diese Bilder und das, wie er spricht. Er hat auch eine super angenehme Stimme, ja, und alles. Aber wenn du selber so ein paar Videos schon gemacht hast und auch selber mal unterwegs bist draußen und einen YouTube-Kanal hast und auch Real-Life-Landwirtschaft mal ein bisschen bekleidest bei dir in der Nähe. Das gigantische Anbaugerät hängt in der Regel am Fendt 1050 Vario. Solche Aufnahmen zum Beispiel, die würden wir nie hinkriegen. Richtig stehen halt. Und wie der da aus dem Rauch rausgefahren kommt halt. Das sind nur 5 Sekunden, ne? Aber diese 5 Sekunden machen mit dem Video so viel, das ist... Das ist die Rebell bei Tegethoff Agrar auf rund 2500 Hektar bearbeitete Fläche. Im ersten Stoppelsturz ist die Maschine vor allem bei Raps die erste Wahl. Schlagkräftig werden aber, wie hier auch Weizenstoppel, ganzflächig flach umgebrochen, um Ausfallgetreide und Unkrautsamen in der Folge zum Keimen zu bringen. Auf besonders trockenen Standorten ist auch das Brechen der Wasserführung, also der Kapillarität, ein Thema, um Feuchtigkeit im Boden zu halten. Schöne Aufnahmen. Die einzelnen an Blattfedern aufgehängten, gezackten insgesamt 98 Scheiben haben einen Durchmesser von 510 Millimetern. Gearbeitet wird diagonal zur Druschrichtung, beziehungsweise Saatrichtung. Dadurch werden die Ernterückstände auf dem Feld noch besser verteilt. Mit der nachlaufenden Doppel-STS-Walze wird der Keimhorizont rückverfestigt. Die Rebell wird in unterschiedlichen Varianten ab 3 Metern aufwärts gebaut. Scheibenberg habe ich im LS auch schon immer gemocht. Mitarbeiter Uwe haben wir bereits im Frühjahr kennengelernt. Den Fendt 1050 Vario hütet und pflegt er wie sein eigenes Wohnzimmer. In Teil 1 angekündigt, hätten zur Stoppelbearbeitung bereits zwei dieser Großtraktoren aus der neuesten Generation im Einsatz sein sollen. Die Auslieferung hat sich jedoch etwas verzögert. Die Pflege der Feldränder findet zweimal im Jahr statt. Einmal Anfang Juni, um das Aussamen der Ackerrandunkräuter zu verhindern. Krass, wie wichtig das eigentlich ist. Hätte ich auch nie so auf dem Schirm so diese Feldrandpflege mit dem Dings hier. Habe ich ja im Heißkauhof auch gemacht. Und da ist ja Ihnen das erst mal bewusst geworden, wie wichtig das ist. Das nimmt so gar keiner wahr, die Arbeit. Ziel ist es, dass die Unkräuter nicht vom Rand aus in die Fläche eingetragen oder beim Drusch vom Mähdrescher erfasst werden. Dadurch werden bereits im Vorfeld Pflanzenschutzmaßnahmen effektiv eingespart. Das 33 Hektar Weizenstoppelfeld grenzt direkt an die Saale. Der Fluss und seine Umgebung gehören in dieser Region zum Naturpark unteres Saaletal. Für Tegethoff Agrar... Ganz weit von mir, oder? Also ne? Ich bin da nicht so... Die Saale läuft bei uns auch durch. Ja gut, der Main läuft auch durch Hartfurt und die Anbaukulturen. Ja, aber Sachsen ist ja ein angrenzendes Bundesland von Thüringen. So müssen wir mal wissen, wo die genau sind. Und so wie die Feldarbeiten zu planen. Schöne Felder, ey. Aktuell sind rund 120 Hektar der Betriebsfläche als Brache- oder Stilllegungsflächen eingerichtet. Mittelfristig wird man das von der Politik geforderte Ziel von 4% sogar überschreiten. Moment, was? Was ist denn das? Das ist ja mal ein Feldweg. Warte mal, was? Als Brache oder Stilllegungsflächen. Aktuell sind rund 120 Hektar der Betriebsfläche als Brache- oder Stilllegungsflächen eingerichtet. Mittelfristig wird man das von der Politik geforderte Ziel von 4% sogar überschreiten. 20 Hektar entfallen auf Blüh- und Randstreifen an Feldrändern. Das habe ich, da kenne ich mich nicht aus. Dieses Brache-Geschichte, 120 Hektar Brache, warum? Für Tiere oder was? Ich müsste jetzt auch ein bisschen viel interpretieren, aber ich habe mal gehört, dass du musst einen gewissen Prozentsatz, wie er es ja gerade gesagt hat, von deiner Gesamtfeldfläche Brache liegen lassen, damit sich da die Natur erholen kann oder so ein Kram. Oder auch diese Blührandstreifen da und Insekten halt. Das ist ja für die Bienchen und alles. Das finde ich ja auch wichtig und gut. Ja. Muss ich wirklich sagen. Das ist auch ultra wichtig und gut, diese Blühstreifen. Die Blühmischungen sind dabei standortspezifisch ausgewählt und dienen teilweise dem Niederwild. Dem Niederwild? Für größere Veränderungen der Landschaft wird der Bau der Autobahn... Ja, das haben alle ein Feld zum Treffen. Nein, Spaß hier natürlich auf mehreren Flächen. ... an A143 Sorgen. Tegethoff Agrar gehen dadurch einige Hektar produktives Ackerland verloren. Teilweise direkt durch den Trassenbau oder durch Ausgleichsmaßnahmen, bei denen unter anderem Ackerland zu extensivem Grünland gewandelt wird. Eine Vielzahl von großen Feldern ändern sich zudem im Zuschnitt und werden mehrfach geteilt. Die Flächen werden zu ortsüblichen Preisen von der Autobahngesellschaft gekauft, weswegen der Agrarbetrieb vom Autobahnbau unter dem Strich nicht profitieren kann. So, da wird halt eine Autobahn gebaut, hauen sie dir halt erstmal 100 Hektar weg so ungefähr. Also, ich hatte jetzt hier nochmal kurz eine... Die Flächenstilllegung, also diese Brache, ist ein agrarpolitisches Instrument, um die Menge landwirtschaftlicher Produkte auf dem Markt zu steuern. Am Standort in Lettewitz sind die Vorbereitungen abgeschlossen. Der Erntetrupp setzt sich in Bewegung. Für gewöhnlich arbeiten die Mähdrescher in zwei Teams auf unterschiedlichen Schlägen. Vor allem in diesem Jahr war das notwendig, da Weizen und Raps gleichzeitig abreiften. Wir haben jedoch das Glück, an diesem Tag alle vier Glas Lexions auf einem Feld zu sehen. Drei Abfahrer, vier Lexions. Schöne Mulden. Schöne Abfahrgespanne auch, ja, muss ich auch sagen. Man bewirtschaftet Felder zwischen einem und 135 Hektar. Dieser Weizenschlag misst immerhin stolze 69 Hektar. Wie klein die da aussehen, die vier Stücke. Warte mal, was haben... Warte mal, ganz kurz. Man bewirtschaftet Felder zwischen einem und 135 Hektar. 135 Hektar ein Feld. Dieser Weizenschlag misst immerhin stolze 69 Hektar. Pro Stunde wird mit diesen vier Mähdreschern genügend Weizen gedroschen, um aus dem Mehl mehr als vier Millionen Brötchen zu backen. Genug, um... Pro Stunde... Die Bevölkerung einer Kleinstadt mehrere Tage zu ernähren. Das ist krass. Und jetzt... Überleg mal, pro Stunde vier Millionen Brötchen Bevölkerung einer Kleinstadt zu ernähren. Sieben Personen. Äh... Sieben Personen machen das. Äh... Das siehst du erst mal, wie effektiv die Landwirtschaft ist. Sieben Menschen schaffen es, eine Kleinstadt mehrere Tage mit Brötchen zu versorgen, sozusagen. Wahnsinn. Bewältigt wird die Erntekampagne ohne den Einsatz von Überladewagen. Je nach Huffeldentfernung werden je Mähdrescher ein bis zwei Tandem-Muldenkipper benötigt. Die haben straff zu tun, das sag ich dir. Also die Abfahrer haben, glaube ich, straffes Programm. Bevor das Korn verkauft und verarbeitet wird, transportiert man es zunächst ins eigene Lager. Mithilfe einer Brückenwaage werden an- und abfahrende Gespanne gewogen. Zum Teil werden Rückstellproben entnommen. Da brauchst du allein schon eine Lagerfläche. Die Anlage wurde 2010 errichtet und fasst rund 8.000 Tonnen Getreide. Im angrenzenden Trocknungssilo können 500 Tonnen, sowie am Technikhof weitere 3.000 Tonnen gelagert werden. Somit hat der Agrarbetrieb die Möglichkeit, je nach Ertragslage rund drei Viertel seiner Erntemenge selbst einzulagern. Das ist selber gebaut. Mit einem Teleskoplader wird das Erntegut auf eine Höhe von mehr als vier Metern in die unterflurbelüfteten Boxen geschoben. Auch schon im ersten Video, wie sauber bei denen alles ist. Ich kann mir vorstellen, wenn solche Aufnahmen passieren, wenn sich da ein Team ankündigt, geht man nochmal durch, schaut zumindest nochmal, ist alles in Ordnung. Aber du brauchst eine sehr, sehr hohe Grundreine schon mal von vorn hinein, um so, also das ist Wahnsinn. Du kannst ja den Betrieb nicht tagelang zumachen, um dich für die Filmarbeiten vorzubereiten. Richtig, also das ist Wahnsinn, wie unfassbar gepflegt das alles dort ist. Schwierigen Klimabedingungen im mitteldeutschen Trockengebiet bestmöglich entgegenzuwirken. Also das muss doch auch einen Riesenspaß machen, muss man einfach mal so sagen. Wenn es heißt, morgen beginnt die Ernte und dann fährst du einfach mit so einer Maschinerie raus aufs Feld. Ich weiß nicht, das muss doch einfach auch als Mitarbeiter, sind das doch besondere Tage, oder? Ich glaube schon, da freut man sich irgendwie. An den 20 bis 25 Druschtagen, die je nach Witterung in etwa für die Getreideernte eingeplant sind, ist jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter voll eingespannt. Auch Marion Teggethoff hält ihrem Mann und den Söhnen den Rücken frei und kümmert sich um viele organisatorische Dinge im Hintergrund. Ja, dass die Jungs auch gut verpflegt werden, ne? Zwei Erntehelfer unterstützen in der Logistik. Klar, da gibt es nicht jetzt, wir machen eine Stunde Mittag, ne? Wird stehen geblieben oder sonst was. Gibt es was auf dem Drescher? ... für die kommenden Kampagnen werden bereits per E-Mail angenommen. Oder wie Hannes und ich, wird halt Döner gegessen im Drescher. Teggethoff Agrar bietet zwei Ausbildungsstellen in diesem Bereich. Auch hier werden Bewerbungen per Kontaktaufnahme über die Website gerne entgegenzahlt. Ich sag dir, wenn ich in die Landwirtschaft gehen würde, zu 100 Prozent, wenn dann in so einem Betrieb. Also wenn, dann musst du in so einem Betrieb. Meiner Meinung nach. Also das wäre so das, wo ich auch für mich persönlich das meiste Entwicklungspotenzial sehen würde. Es ist ein Betrieb, der wahrscheinlich immer modern sein wird, der durch die Söhne alleine immer modern bleiben wird und so weiter. Und wo du, glaube ich, durch ein gutes Engagement und alles auch, glaube ich, weiterkommst. Im dritten Teil dieser Kurzfilmreihe schauen wir uns die Zuckerrübenernte sowie die Aussaat der Winterkulturen an. Besucht für weitere Informationen zum Marktfruchtbetrieb Teggethoff Agrar, deren Internetseite und folgt der Familie auf Instagram. Schön. Wirklich schön wieder. Tolles Video. Freue ich mich auf den dritten Teil. Januar, Februar irgendwann wird es kommen. Genau, Januar, Februar wird der dritte Teil kommen. Das können wir euch jetzt schon verraten. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und in diesem Sinne sagen wir aber auch, goodbye, ciao, ciao. Lasst gerne ein Däumchen, ein Abo hier auch bei ETHIS VIBE. Und wir sind erstmal raus. Bis dahin, euer Manus und Manu. Tschüssi.